Hallo und herzlich willkommen, frohe Pfingsten. Heute ist Feiertag und das bedeutet, es gibt keine neue Folge von 16 zu 9. Die wird es erst nächste Woche wieder geben. Grund, ich habe ein bisschen was für meine Masterarbeit zu tun, die muss bald abgegeben werden. Und ich bin Donnerstag auf einen Science Slam nach Dortmund eingeladen. Aber ist ja ähnlich viel für euch los. Ihr habt ja alle Lesewoche, zumindest die Kulturwissenschaftler unter euch. Es gibt nur einen wichtigen Termin diese Woche und das ist die Stupa-Sitzung am kommenden Mittwoch um 14 Uhr. Irgendwider kommt ihr selber vorbei oder ich twitter für euch und ihr bleibt so auf dem Laufenden. Das war es von mir. Bis nächste Woche. Und wie immer gilt natürlich, weitermachen.